Frau Ministerin, ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier in Frankenau-Einlauf-Hartberg. Schön, dass Sie da sind mit einer tollen Botschaft, mit einem tollen Projekt, wo wir uns richtig drauf freuen. Ich darf neben Ihnen die Landtagsabgeordneten begrüßen, die Daniela Sommer, den Jürgen Frömmrich. Ich begrüße an der Stelle ganz herzlich den Stadtverordneten, die Anwesenden, begrüße ganz herzlich den Ersten Stadtrat, die Stadträtin, weitere Stadträte, begrüße ganz besonders Dr. Jürgen Römer vom Fachdienst Dorf und Regionalentwicklung, begrüße die Frau Küpper als Beschäftigführung unserer Liederregion, begrüße an der Stelle aber auch mit großer Freude die Ortsvorsteher. Die Ortsvorsteherin kam mir leider nicht, aber ich begrüße die anwesenden Ortsvorsteher in Vertretung für alle, den riesigen Ortsvorsteher Dirk Michel, wie ist er, der seit heute Morgen da nicht gleich auf den Beinen ist, mit seinem Team, da kommen wir aber gleich zu. Ich begrüße die anwesenden Gäste hier aus dem Ort, aus dem Jürgen Römer und Gegel, aber auch Zeitzeugen der alten Regionalentwicklung. Dorferneuerung ist ein Thema, was uns hier im ländlichen Raum noch sehr wichtig ist, da das auch braucht. Der ländliche Raum, da wird immer viel drüber gesprochen, der ländliche Raum hat vor allem jetzt in der Zeit von Corona gezeigt, dass die größte und höchste Lebensqualität eigentlich über uns ist. Ich sage das mit voller Überzeugung, denn Corona, ich möchte nicht mit meinen drei Kindern in einem Hochhaus irgendwo in den letzten Monaten gewohnt haben und wenn ich an die Bilder mich erinnere, Spanien und wo es war mit Ausgangssperren, da haben wir es hier im ländlichen Raum noch mit einer Lebensqualität zu tun, die ist besonders. Aber, das wissen wir, das wissen aber nicht alle und deshalb ist es umso wichtiger für den ländlichen Raum auch zu werben und auch hier Infrastruktur zu schaffen, dass sich die Menschen auch hier wohlfühlen, dass junge Familien sich hier ansiedeln und vor allem, dass wir keine Abwanderung mehr haben, dass die jungen Familien, die jungen Menschen, die hier in der Region geboren und aufgewachsen sind, auch sagen, ich kann hier auch einen Job ausüben, der früher einfach mal im Tower in Frankfurt war, ich nenne jetzt mal das Bankenwesen als ein Beispiel, dass man einfach mit Breitbandausbau auch hier sitzen kann. Das war ein toller Artikel jetzt in der Zeitung, wie sieht es aus mit Bürokomplexen, ist das noch die Zukunft oder wird sich das Thema Homeoffice denn dann durchsetzen? Also ländlicher Raum ist an der Stelle sehr wichtig und deshalb brauchen wir diese Programme und freuen uns, dass wir heute mit Ihnen gemeinsam den Startschuss in diese Richtung geben können. Das heißt eingangs von mir gesagt, ich freue mich, dass Sie heute hier sind, an dieser besonderen Städte und hier oben sehen Sie Adel, das steht für das Dorfentwicklungsprogramm vor knapp 20 Jahren, wo es unser ehemaliger Ehrenstadtvorsteher, Willi, vor knapp 20 Jahren, 25 Jahren war die Adeldorfentwicklung hier in den Adeldörfern, Steinrode, Allendorf, Fluesen auf Ellershausen und dieses beispielhafte Projekt mit diesem Backhaus, was seitdem durchgehend jedes Jahr befeuert und bebackt wird, was Sie hier heute live sehen, ist einfach so ein Parade, Beispiel von dem, was durch so eine Dorfentwicklung angestoßen werden kann und was in so einer Gemeinschaft dann auch über Traditionen, über Gesellschaften, über nächste Generation hinweg doch weiter gelebt wird. Herr Minister Brede, liebe Abgeordnete Frau Sommer, lieber Abgeordneter Frömmrich, lieber Jürgen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus der Kommunalpolitik, liebe Anwesende, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und den Anerkennungsbescheid zu überbringen für die Dorfentwicklung in den nächsten acht Jahren. So lange kann dieser Prozess gestaltet werden und Sie haben schon vieles gesagt, was mir auch wichtig ist. Wesentlich ist glaube ich die Tatsache, dass der ländliche Raum sehr attraktiv ist, dass man sehr gut dort leben kann und dass es aber auch notwendig ist, die Angebote und die Struktur weiterzuentwickeln der ländlichen Räume, damit nicht nur diejenigen, die hier schon seit langem leben, das auch weiter tun können, sondern dass wir junge Leute in den ländlichen Regionen halten oder aber auch wieder zurückziehen in den ländlichen Raum. Und die Pandemie hat das gezeigt. Also mir ging das auch so in den Monaten, wo der Lockdown auch bei uns war quasi, also wir hatten keine Ausgangssperre, aber es war ja ganz viel geschlossen. Und ich wohne im Lahn-Dill-Kreis, im hinteren Teil, wo es auch sehr ländlich zugeht. Und da haben wir auch ganz viele Leute gesagt, beim Spazierengehen so, was sind wir froh, dass wir hier wohnen und nicht in Darmstadt oder Frankfurt. Hier können wir gut rausgehen, hier können wir die Kinder auf den Wiesen spielen lassen. Da ist noch Lebensqualität und wir können uns auch noch aus dem Weg gehen gut. Also die Furcht war nicht so groß und die Ansteckungsgefahr nicht ganz so hoch. Also das hat gezeigt nochmal, dass auch, und ich glaube, die Diskussionen zeigen auch ein Umdenken, auch die Diskussionen in den Städten, dass viele Menschen sich vorstellen können, jetzt auch wieder mehr aufs Land sozusagen zurückzuziehen oder hinzuziehen. Das hat was mit den Strukturen des mobilen Arbeitens zu tun, dass sich auch auf einmal schlagartig gewandelt hat. Auf einmal haben Unternehmen festgestellt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auch von zu Hause aus gut arbeiten. Die Leute haben festgestellt, sie ist besser, als wenn sie sich auf der A5 in den Stau stellen oder in überfüllte S-Bahnen und Züge klemmen müssen. Es wird nicht alles so bleiben, aber ich glaube, es ist schon wieder auch ein Umdenken da. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Bevor ich nochmal den Dirk Michelau das Wort gebe, ich glaube, er wollte noch ein Brot oder was Schönes überreichen und kann uns nochmal zu den Köstlichkeiten was erzählen. Sie haben viele richtige Themen angesprochen und wenn man hier sich einfach nur umschaut auf diese großen landwirtschaftlichen Anwesenen. Es ist einfach auch nicht mehr diese Nutzung heute gegeben und daraus Wohnraum schaffen ist eine große Herausforderung, die man sicherlich mit der Dorfentwicklung hier und da auch umsetzen kann. Lassen Sie mich bitte zu dem großen Dank, dem wir alle oder dem Ihnen auch gebührt und Ihrem Team, dass wir in das Projekt aufgenommen worden sind, auch noch was anderes sagen. Das ICAC, die nächsten anderthalb Jahre, ich glaube, die Bevölkerung hat in den letzten Jahren mit der Dorfmoderation viel Vorarbeit geleistet, somit, dass man hier auf einen guten Nährboden kommt, die Ortsvorsteher haben in ihren Orten die Bevölkerung motiviert, die haben mitgearbeitet, da sind schon viele Ziele formuliert worden. Aber eine Bitte außerhalb dieses Themas, die ich Ihnen noch heute gerne mitgeben möchte. Das Thema Renaturierung ist ein Thema, wo Sie sich ja auch und die Landesregierung groß auf die Fahne geschrieben hat und mit Förderprogrammen und ähnlichem das auch weiterentwickelt. Nicht bei Ihnen, aber im Vorfeld, vor Ihrer Zeit, sind die Themen auch hier bei uns ein wenig ausgebremst worden. Ich habe die große Bitte, weil wir sind jetzt wieder im Lauf, dass dieses Projekt, die Längelrenaturierung, jetzt auch im Lauf kommt. Wir sind heute hier in Einlauf-Hartbeck, wir sehen hier das Bachbett und wir haben genau an diesem Punkt, lieber Willi Berg, lieber Dirk, wir hatten hier Überschwemmungen und vieles mehr. Und Hochwasserschutz ist ein großes Thema, was auch im ländlichen Raum Gehör finden muss und was auch in dieser Längelrenaturierung mit abgearbeitet werden soll. Wir haben viele Jahre verloren. Unser Landrat ist jetzt hier. Wir begrüßen an der Stelle ganz herzlich, genauso wie die Presse, die ich eben vergessen habe zu grüßen. Das ist damals bei dir schon beantragt worden, nicht nur für die Renaturierung, auch für den Hochwasserschutz. Wir sind jetzt im Lauf. Die große Bitte, dass bei Ihnen dann im Ministerium auch alles auf grün geschaltet wird. Der Jürgen Frömmich kennt da viel aus der Vergangenheit. Er kann da vielleicht nochmal ein bisschen Informationen geben. Wir müssen da jetzt vorankommen. Es geht um Überfahrten, die nicht mehr zeitgemäß sind. Wir haben Mühlen, die müssen noch mit Öl versorgt werden, mit Heizöl. Die haben eigentlich eine Furt durchs Wasser. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Da muss es jetzt vorangehen. Große Bitte, großer Wunsch an der Stelle. Auch mal von unserer Seite herzlich willkommen. Schön, dass das hier in Allendorf-Hartberg heute stattfindet. Wir freuen uns natürlich so viel Prominenz heute hier im Ort zu haben. Das ist was für uns ganz Bedeutendes. Wir freuen uns sehr darüber. Jetzt habe ich lange überlegt, was ich alles so erzähle. Über unseren Ort und was wir alles so machen. Weil wir sind immer ein ganz quirliger Ort hier. Ich habe mir aber dann gedacht, wahrscheinlich sind die Reden eh schon sehr lang. Ihr Zeitpensum wahrscheinlich auch sehr knapp gesteckt. Und wir haben uns einfach überlegt, wir schenken Ihnen heute ein Buch. Das ist unser Buch. Allendorf-Hartberg. Geschichte und Geschichten. Da steht eigentlich alles drin. Und wenn Sie jetzt nach Wiesbaden fahren, Sie sind auf der Rücksitzbank, da haben Sie Platz. Da können Sie gerne mal durchschauen und können alles nachlesen. Weil hier steht wirklich alles drin. Mit unseren Vereinen, mit den Aktionen, mit all dem, was wir machen. Ja, das wollten wir Ihnen gerne schenken. Sie dürfen sich natürlich gerne ein Brot mitnehmen. Wir haben aber auch hier noch für alle anderen so ein paar Köstlichkeiten hingelegt. Wir haben Backhausbrot frisch aufgeschnitten. Wir haben auch hier regionale Wurstsorten. Die kommen natürlich aus Frankenau. Der Wildschweinschinken, der kommt aus Allendorf. Die Gurke kommt aus Allendorf. Die Marmeladen, alles selbst gemacht. Kommt auch alles hier aus der Nachbarschaft, wo ich erstmal schönen Dank für sagen will. Und vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja, weil Ihr Zeitmann ist ja echt eng gestrickt. Wir haben auch noch was zu trinken da. Vielleicht gefällt es Ihnen ja auch so gut, wenn Sie heute Abend noch hier sind, freuen wir uns auch. Wir haben schon gesagt, wir waren gemeinsam in Diebelstadt. Dort wurde schon auch der Bewilligungsbescheid für die Stadt ganz im Norden unseres Landkreises übergeben. Das ist ein besonderer Akt, dass zwei Kommunen, Herr Bürgermeister, gleichzeitig in die Dorferneuerung des Landes Hessen aufgenommen werden. Das ehrt uns und ist echt eine tolle Geste des Landes, wie ich überhaupt sagen muss. Die Frau Ministerin hat gestern das Füllhorn über unseren Landkreis ausgeschüttet. Ein riesen Bewilligungsbescheid, der sicherlich morgen die entsprechende Würdigung in der Zeitung findet wird für die Upländer Bauernmolkerei. Das war eine ganz tolle Geschichte, darüber freuen wir uns und ich freue mich mit den Adeldörfern und der gesamten Stadt Frankenau darüber, dass es erneut gelungen ist, in die Dorferneuerung aufgenommen zu werden. Die Adeldörfer, das heißt dann hier auch das Ämtchen, hat ja schon Erfahrung und dieses Backhaus ist ein Zeichen davon, was vor vielen Jahren, vor 15 Jahren etwa hier geschehen ist. Aber jetzt kommen auch Altenlothaim, Burkhardt und die Kernstadt Frankenau mit in den Genuss dieser Förderung. Und das finde ich besonders gut, dass insbesondere auch im Umfeld des Nationalparks Impulse gegeben werden können, die der Infrastruktur dienen können und helfen sollen. Es freut mich für euch alle, aber ich ermahne auch, da geht es auch immer mit viel Behutsamkeit ans Werk zu gehen. Da kommen große bauliche Herausforderungen und da ist Fingerspitzengefühl gefragt bei der Entwicklung der Ortschaften, aber auch bei der Grünen Gestaltung. Da ist in der letzten Zeit oder in vielen Jahren nicht mehr so viel Aufmerksamkeit drauf gelegt worden. Ich halte es für ganz wichtig, hier mit viel Sachverstand und Behutsamkeit ans Werk zu gehen. Aber insgesamt ist das die beste Chance, die Frankenau gegeben werden konnte in den nächsten Jahren, unter Beweis zu stellen, was die Dorfgemeinschaft oder die Stadtgemeinschaft miteinander bewirken kann. Alles Gute, Frau Ministerin, herzlichen Dank dafür, dass Sie auch am heutigen Morgen hier sind und so eine tolle Geste übergeben haben. Auf was hier davon, was ich jetzt vorlese, auf dem Dorf geht und was in der Stadt nicht geht. Der Erste schreibt, auf der Brücke laufen zwei Schafe frei rum. Der Nächste schreibt, das sind dem seine schwierig einzufangen. Hat jemand Zeit? Einer antwortet, scheiße, ich bin im Urlaub. Der Nächste antwortet, eine Zeit lang später, hat geklappt, sind wieder drin. Gut, dass die so zutraulich sind. Und der Letzte antwortet, Dankeschön. Das ist Dorf. Das ist nicht Stadt. Dankeschön.